Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video seit langer Zeit mal. Und zwar hatte ich ja schon mal in einem Video kurz meinen OMSI-Fahrer-Arbeitsplatz gezeigt. Heute mache ich mal ein richtiges Video. Ja, hier ist so mein aktueller Stand. Habe ich mir alles mühevoll aufgebaut. Da haben wir hier eine Seitenkonsole. Das Tablet habe ich auch mit OMSI verbunden. Umso gesehen ein IBIS, eine Kasse. Wenn es denn mal verbunden ist. Okay, das will gerade nicht. Guck mal. Dann habe ich hier meine Innenanzeige, die funktioniert mit OMSI. Dann habe ich hier einen IV-Ufa-Scheindrucker. Der ist noch nicht mit OMSI verbunden. Aber der ist sowohl mit dem Windows CE ausgestattet. Na gut, er ist gerade mit dem Ufa. Und ja. Gut. Ja, dann zeige ich euch mal, was das gute Teil alles so schön ist. Also, wir haben verschiedene Schlüssel dafür noch. Wir haben hier einmal einen Zündschlüssel. Dann haben wir hier für den Drucker. Einmal für die Haltplatte. Das ist dann jeweils die 1 und die 2. Das steht mal hier. Das sieht man hier. Also 1 und die 2 ist für die anderen vom Drucker. Und dann habe ich noch einen kleinen Schlüssel hier für den Tacho. Den kann man dann hier auch machen. Und hier Fadenschreiber einlegen. So scheiden. Fadenschreiber funktioniert. Dann einmal den Zündschlüssel. Können wir hier. Mit der 1. Stufe habe ich hier die ganze Elektronik verbunden. Hier habe ich die Schalterbeleuchtung drauf. Und dann die nächste Zündschlüssel ist dann für Ormsi. Ah, ein Arcase von mir funktioniert gerade nicht. Einen Moment. So, das Arcase ist einmal neu angeschlossen. Jetzt sollte es theoretisch funktionieren. So, dann haben wir hier einmal fahren einen Gelenkbus. Wir haben hier an den Master Slave Rechnern einmal den Schaltermöglichkeit für Solo. Also Solo Dreitürer, normaler Solo Zweitürer, Gelenkbus. Und auf dem Viertürer schaltet er halt alleine um. Wir haben einen funktionierenden Retaterhebel. Also, wenn ich den hier betätige, tut das der in Ormsi auch. Wir haben einen Gelenkstockschalter komplett. Erste Stufe Wischer. Zweite Stufe. Ja, die letzte habe ich noch nicht. Aber das liegt nur daran, dass ich den Befehl für Ormsi halt noch nicht habe. Deswegen hat das hier noch nicht funktioniert. Na, wann ist es jetzt hier gut? Scheibenwaschanlage. Hupe. Ja. Die Kontrollleuchten, die sind ganz original mit dem Display verbunden. Also, soweit ist da auch alles korrekt. So, dann würde ich sagen, Feststellbremse lösen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Schildern. Wir fahren die Linie 50. So, einmal eingeben hier. Linie 50, Route 19. Aber wir sind ja noch an der falschen Haltestelle. Deswegen fahren wir das einmal als Betriebsfahrt da hoch. Und im Anschluss Linie 50, Route 19. Ich fahre immer gerne in der Ansicht, weil ich immer hier gerne auf mein eigenes VTV schaue. So, und dann fahren wir einmal als Betriebsfahrt zur Starthaltestelle, würde ich sagen. Gut. Dann würde ich sagen, Motor starten. Nielink funktioniert hier übrigens auch. Und mit Pfeilen. Türflügelsperre. Hier machen wir die vordere Tür aus. Türflügelsperre. Ja, ich mache die Türflügelsperre jetzt erstmal aus. Gut. Tür mal zumachen. Wir fahren los. Ja, Kindermagenschalter habe ich noch nicht. Da soll noch einer hier reinkommen. Türfreigabe funktioniert soweit. Ja, ich würde sagen, wir fahren dann mal los. Wir müssen noch den Fahrplan einmal einstellen. LP50. So. Wir fangen am Grundweg an. Wir haben 10 Minuten Zeit, da hinzufahren. Das machen wir einmal. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Wir fahren einmal los. Sitz müssen wir einmal hoch machen. Dass wir hoch genug sitzen. Der Sitz hat übrigens Sitzklima, Sitzheizung. Und ist hier an einem Kompressor angeschlossen. Gut. Ich lege los mit dem Motorstart. Haltestellenbremse raus und den Gang einmal reingelegt. Ja, warum machen wir denn jetzt hier ist? So. Und. Können theoretisch losfahren. Jawoll. Wir müssen hier einmal noch eine Runde um den Kreisverkehr. Ja, falls ihr auf jeden Fall noch Fragen habt zu irgendwelchen PIN-Belegungen, immer gerne schreiben. Ich versuche euch möglichst weiterzuhelfen, falls ihr auch so ein Projekt vorhabt oder wo man es herbekommt oder einfach gerne fragen. Auf jeden Fall ein größeres Projekt von mir gewesen, was ich eigentlich auch gut zum Ende gebracht habe. Wenn man sieht, ich habe ja wirklich das Display auch hier, die Taser, ich habe eigentlich viel Not, äh, Vorratsdruck, die Fehlermeldung, habe ich auch in Nothand umgesetzt. Das kann ich euch ja gleich mal an der Stadthaltestelle zeigen. Ja. Ich würde sagen, wir fahren erst mal in drüber dahin. Wir fahren einen Facelift-Dreitürer, also als Gelenkbus. So, wir müssen einmal warten. Halte-Stellbremse natürlich rein machen, damit wir nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen müssen. Dauer die Ampel drei Jahre, jetzt. Ja, dann habe ich zum Beispiel auch den ASR-Taster, wenn man den drückt, dass es im Display steht. So. Blinker. Fernlicht habe ich halt auch alles. ABS-Leuchte und weiß nicht alles. Ja, lassen wir ihn hier nochmal drücken. Display kann ich hier auch durchschalten. Habe ich momentan erst mal auf System belegt, weil ich hier noch ein Ansagen, das ändere ich irgendwann noch. Also hier kann ich erst mal das Display durchschalten. Wir können weiterfahren. So, Tempo-30-Zone. Ja, und der Tacho, der geht auch ganz genau. Also ich fahre eigentlich nur noch nach dem. Da habe ich den, innen drin hat man in dem Tacho so kleine Schalter. Die stellt man entsprechend ein. Und danach habe ich den Rest noch mit dem USB-Isolator gemacht. Und in Comsi in der Software den Wert auf 400 gestellt. Bei diesem Tool, was in Amsi immer im Hintergrund aufgeht, wenn du Comsi installiert hast. So, hier stehen schon unsere Fahrgäste. Die alle auf uns warten. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ah, kann man wieder mischrisch fahren, ey. Furchtbar. Geht der Blinker noch? Jetzt habe ich den Blinker kaputt gemacht, ey. So eine Sauerei. Mischmerisch fahren gar nicht. So, wir machen den Motor nochmal aus. Und, ja, Schulverschalter funktioniert. Aus geht auch. Ja, und dann zeige ich euch nochmal das mit dem Nothan. Wenn ich es hier aufmache. Dann zeigt uns unser Display theoretisch auch. Achso, ich habe noch in der Motor aus. Was macht er das nicht? Dann zeigt er hier zum Beispiel Nothan. Ich stelle die ganze Zeit an. Bis ich den Hals wieder ausmache. Ja, ich mache mal auf hier. So könnt ihr rein. So, rein mit euch. Ja, wir fahren jetzt bis zur Regatta-Bahn auf der Linie 50 auf Gräfrath. Die Tür machen wir zu. Ja, wir sind jetzt aktuell am Kronenweg, wie man wunderschön auf meiner Innenanzeige lesen kann. Die aktualisiert sich natürlich auch jede Haltestelle. Sprich, wenn ich es weiter schalten würde, würden wir das dementsprechend dann auch da sehen. Die Anzeige funktioniert mit DS-009. Da gibt es ein schönes kleines Tool, was man mit DS-009 in der Anzeige verbinden kann. Gut, ich würde sagen, ich setze euch jetzt mal in die Perspektive, damit ich zwei Hände mit zwei Händen fahren kann. So, das ist immer wieder. Und ich würde sagen, wir legen los mit unserer wunderschönen Tour. Und wir fahren immer los, dann rein. Einmal hier los. Und wir fahren. Es ist ein schönes Wettbewerb. Meine Wunsch ist über eine Rekwein. Oh mein Gott, es. Ja Leute, wenn ihr euch fragt welcher Busbetrieb das ist, das ist ja mein eigener Busbetrieb. Wer also Lust hat mit rein zu fahren, gerne schreiben. Seid gerne Willkommen, wir suchen noch Fahrer. Sehr gut. Hi. Hi. Schön. Ein Tickel bitte. Einmal ein Tickel. Schön. Hallo. Ein normal Tickel bitte. So, ein normal Tickel. Einmal Tickel. Einmal Tickel. Und jetzt wegzüttel. Ja passt zu. Einmal Tickel. Ja passt zu. Einmal Tickel. 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 Und jetzt wegzüttelte. Einmal Pulli. Einmal Tickel. Oh. Einmal Tickel. Einmal Tickel. Einmal Tickel. Das ist die Schmählung. Hi. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey. Sieh am gut. Hallo. Du hast? Hi. Hi. Die nächste halbe Stelle ist Bandsprache. 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 Bandsprache 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 ist Bandsprache ist Bandsprache. Bandsprache ist Bandsprache. Bandsprache ist Bandsprache. Gucken ob wir gescheit stehen, dann kommen wir noch ein Stück vor. Gut, wir parken, machen den Gang raus, ziehen die Feststellbremse an und jetzt den Motor einfach ausschalten, ans Licht noch aus und so. Und wir schließen die Fahrt einmal ab. Du hast die Fahrt nicht korrekt beendet, warum? Okay, dann müssen wir noch mal schauen, was hier Problem war. Ach, ich muss noch mal zum Vetau Bahnhof. Okay, dann müssen wir noch mal los. Ich mache mal die Minimap an. Da müssen wir mal schauen. Achso, und dann fahre ich noch mal zu Vetau, okay. Na gut zu wissen. Gut, dann müssen wir noch mal drei Meter fahren. Dann habe ich hier natürlich umsonst eingeparkt. So, jetzt muss ich mich einmal wieder vorfahren. Wir haben keine Fahrgäste drin. Oh, ich muss trotzdem hinter Straßen. Bitte bleiben. So, jetzt müssen wir aber richtig stillen. Jawoll. Jetzt können wir so abschließen. Zehn Halschen. Zehn Halschen. Ja, die Bewertung passt schon. Gut, ich würde sagen, wir gehen ins Büro. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und lasst gerne mal einen positiven Kommentar da oder einen Verbesserungsvorschlag. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.